Hey Wegwerfgesellschaft, was ist eigentlich los mit dir? Wann genau hast du beschlossen, so zu sein, wie du bist? So verschwenderisch, so unbedacht, so hemmungslos? Müll über Müll, Schrott über Schrott, führt zu Fragen über Fragen. Muss das wirklich so sein? Oder geht es nicht auch anders, besser, bewusster und bedachter? Geht es nicht auch langlebiger? Sind Dinge wirklich kaputt oder ist es nicht eher unsere Einstellung dazu? Und ist Überfluss nicht eigentlich vollkommen überflüssig? Hey Wegwerfgesellschaft, wir hätten darauf ein paar gute Antworten. Vielleicht machst du sie ja auch zu deinen. Gemeinsam gegen das Wegwerfen. Manufaktum.